guten tag hier das wohl in der menge am meisten gesuchte suchtestes auto für porsche freunde oder für freunde der luftgekühlten 911 am europäischen oder am deutschen markt der amerikaner nennt es triple black das heißt schwarz außen schwarz innen verdeckt schwarz handschalter unter 70.000 kilometer komplett original bis auf das soundsystem aber das ist meiner auf 18 zoll turbo twist felden von porsche kostet damals über 3000 dollar mit vario kam also ein 97 1 c2 gut optioniert unfallfrei zwei vorbesitzer alle unterlagen unabhängig erfolgreich vor inspiziert mängelfrei so wünscht sich das der käufer hier ein kurzer blick auf dem markt das vertrauen und vermittelt was kommt von privat ostküste so verblick auf das herz des ganzen 3,6 meter 282 pferdestärken wunderbar wie gesagt von einer laufleistung von über 40.000 meilen seit 1997 weiß man das fahrzeug ist nicht sehr häufig gefahren worden aber regelmäßig innen schwarze komfort sitze voll leder auch hinten sehr gepflegt das dach in einem sehr guten zustand original schlüssel mit fernbedienung hier die erwähnte laufleistung von 42.400 meilen das ist also unter 60 der erwähnte handschalter elektrisches verdeck funktioniert auch aber schon geprüft natürlich wichtig für den porsche käufer handbuch mit allen unterlagen und hier auch noch der zweitschlüssel separat verpackt der vorbesitzer langjähriges mitglied des porsche cup of america hegt und pflegte dieses auto und geht dies dann uns an zur vermarktung oder zur vermittlung an unsere kunden in deutschland noch ein kurzer blick in den kofferraum der ja auch wichtig ist das fahrzeug wurde noch von mir hand gewaschen bevor es weiter geht auch hier alles original porsche car cover das bootcover verpackt werkzeug ein zweites cover ein batterielade helfer von porsche von innen auch noch mal das ersatzgrad also sehr sehr komplettes fahrzeug mit dem beliebten windsticker und mit dem motorhauge wir befinden uns ja hier wie man sehen und hören kann bei unserem deutschen speditionspartner und zunächst sagen wir natürlich das was wir immer sagen wir das team von schlone autobruckhaus und von leute wir wünschen ihnen lieber kunde allzeit gute fahrten und viel 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 glück mit diesem 993 der letzte luftgekühlte seiner art da wir uns hier schon mal unseren speditionspartner befinden bewegen wir das fahrzeug nun zur verladerampe dort wird er dann im container verpackt fast gerecht und geht dann auf die reise nach bremerhaven vielen dank und auf wiederholen vielen dank und auf wiederholen